Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hydra 3D von Dead Adam in der Cyberpack Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Cyberpack findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hydra 3D von Dead Adam, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es sieht sehr ungewöhnlich aus. Es ist nämlich keine klassische Box und es ist auch kein richtiges Bundle, sondern es ist ein sogenanntes Cyberpack. Wir haben hier so eine kleine Kartonverpackung. Das Ganze ist recht flach, quadratisch gehalten. Erinnert mich rein so vom Format her an so alte Gameboy-Verpackungen bzw. Gameboy-Spiele. Ich glaube, die wurden damals so in diesem Format verkauft. Wir lesen hier an der Seite einmal 3D. Die Symbole davor, da tue ich mir etwas schwer, aber ich gehe mal davon aus, nachdem das Album ja Hydra 3D heißt, dass das hier auch Hydra heißt. Dann haben wir hier unten in diesem gelben Kreis noch den roten Schriftzug Dead Adam und dann haben wir hier eine Hydra abgebildet. Also so ein dreiköpfiges Fabelwesen, so eine Schlange bzw. Drachen. Es ist laut den Jungs King Ghidorah. Den kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Godzilla-Film. Und passend zu der Band, zu den drei Jungs, hat dies natürlich auch drei Köpfe. Hier unten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier den Schriftzug Dead Adam und 2K16. Also 2016 war ja das Release Date. Das Ganze zieht sich dann hier von der Optik so durch. Hier haben wir dann auch die Beteiligten. Auf der linken Seite Dead Adam Hydra 3D. Und auf der Rückseite lesen wir folgendes. DFA ist wieder back. Das Cyberpack ist eine limitierte Sonderedition unseres neuen Albums Hydra 3D mit ein paar extra Features. Wenn du den beigelegten Code in unserem Shop einlöst, kommt das limitierte Hydra 3D Poster 84 x 119 cm nice verpackt direkt zu dir nach Hause, damit du dich nicht über Falten im Poster ärgern musst. Die limitierte Hydra 3D Mundmaske findest du direkt im Pack. Mit ihr bist du anonym unterwegs und deine Swag-Werte steigen ins Unermessliche. Dann haben wir unten noch einen Barcode. Dann ist hier abgebildet ein USB-Stick. Und dann lesen wir hier auch noch, was sich sowohl auf dem USB-Stick als auch in diesem Hydra Cyberpack befindet. Inhalt Dead Adam Hydra 3D Album. Ein USB-Stick mit exklusivem Bonus-Material. Eine limitierte Hydra 3D Mundmaske und ein limitiertes Hydra 3D XXL Poster. Ja, das Poster ist jetzt wie gesagt ja nicht drinnen, aber zumindest ein Code, um jenes zu erhalten. Und wir lesen dann auch noch, was auf dem USB-Stick drauf ist. Ist etwas schwer zu lesen, aber ich glaube wir kriegen das hin. Instrumentals und Acapellas plus Bilder, Videos, Audio und Textdateien, die den Entstehungsprozess des Projekts dokumentieren und Einblicke in unsere Arbeitsweise ermöglichen. Jawohl. Also, soweit zum Inhalt. Das Ganze geht dann hier oben auf. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Okay, also ich glaube jetzt haben wir den gesamten Inhalt entnommen. Machen wir mal wieder zu. Und das Hydra Cyberpack kann zur Seite. So, was haben wir jetzt hier? Das ist einmal scheinbar das Album. Und dann haben wir hier nochmal separat verpackt. Den Code für das Poster, die Mundmaske, die Gesichtsmaske und hier ist dann der USB-Stick verstaut. Also, wenn wir das jetzt hier irgendwie zusammenfalten. Schauen wir mal, ob wir den rausbekommen. Gar nicht so einfach. Ah, doch. So. Jawohl. So, jetzt ist auch das leer. Und wir können mit dem weiteren Inhalt starten. Los geht's wie immer mit dem Album. So sieht das aus. In einem Digi-Pack hier in weiß. Auch hier wieder die Hydra abgebildet. Dead Adam 3D lesen wir hier wieder. In diesem Fall auch wieder diese Symbole. Wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass das Hydra bedeutet. Dann auf der Seite auch wieder Dead Adam Hydra 3D zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Die wurde hier in blau und in rot angeführt. Wir haben hier keine Nummerierung. Es sind, soweit ich weiß, 15 Tracks. Und wir haben hier Features von Matthew Jame. Ich muss ehrlich sagen, von den Features kenne ich keinen. Dann haben wir ein Feature von Dylan Brady. Eins von West Ghosts. Und eins von NOK FTF. Jawohl. Das sind die Features. Dann haben wir hier unten wieder die Beteiligten plus einen Barcode. Hier lesen wir auch wieder Dead Adam Hydra 3D. Und dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier ein Herz. Es ist übrigens alles in dieser Optik gehalten. Jetzt würde man das gerade irgendwie in einem Designer, in einem Designprogramm entwerfen. Also sowohl die Hydra, die auch immer diese Linien, als auch das Herz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Buglett in gelb. Überraschenderweise. Ich hätte jetzt irgendwie mit Rot oder Weiß gerechnet. Okay, hier haben wir die Infos, wie wir damit umzugehen haben. Also, das Handy ist hier verboten oder zumindest durchgestrichen. Use proper soundsystem or headphones. Don't skip. It's an Album. Pay attention, free your mind and enjoy. Also, entweder mit Kopfhörern oder über eine richtige Anlage. Das ganze Album, die ganze CD durchhören. Und nichts daneben machen. Also, ich glaube, der hier spielt nebenbei Game Boy. Das soll man nicht machen, sondern wirklich sich entspannen und auf die Musik achten. Lyrics kann man dann hier noch abrufen auf deadadam.com slash lyrics. Das ist schon mal eine gute Info. Dann haben wir hier weitere Entwürfe in diesem Buglett. Also, es sieht echt so aus wie so ein Blueprint, wie solche Entwürfe. Dann die Credits zu den einzelnen Tracks. Einmal in blau, einmal in rot. Hier kann man nachlesen, wer hat produziert, wer hat hier mitgewirkt, wer hat den Text geschrieben. So sieht das aus. Weitere Entwürfe. Und zum Abschluss gibt es dann noch eine Danksagung. Jawohl. Gut. Das Ganze findet hier wieder Platz in dieser kleinen Stecktasche. Und dann kommen wir zum Album, zur Album-CD. Ich schätze mal, dass man das hier oben, jawohl, rausbekommt. Gar nicht so einfach. So sieht die CD aus. In blau und weiß. Sieht echt gut aus. So ein Spinnennetz oder als würde es da reingehen, da runtergehen. Und dann machen wir die CD wieder zurück und kommen zum nächsten Inhalt. Wir haben mit dabei eine Maske. Die sieht so aus. Passend zum Album-Artwork ist die hier in weiß, rot und blau gehalten. Drei rote Striche gibt es hier vorne. Dann haben wir hier links und rechts blaue Spitzen. Und auf der Seite dann blaue Bänder mitverarbeitet, mit denen man das Ganze dann an den Ohren befestigen kann. Wir haben hier dann auch noch so kleine Plastikelemente, mit denen kann man dann das hier entsprechend größer oder kleiner machen. Also je nachdem, wie groß man diese Träger hier braucht für die Ohren, kann man das dann hier anpassen. So, was lesen wir hier? 100% Baumwolle, GrooveAttack GmbH in Köln, Cologne. Und ansonsten. Ah, okay, das ist hier eingeklebt. Ich dachte, es wäre einfach zum, also eingenäht und zum Wenden. Okay, also, Grüße gehen raus. Dann haben wir den Gutscheincode. Gut, löse den Code auf der Rückseite auf hydramerch.com ein, um dein Hydra 3D-Poster per Post zu erhalten. Also so ein kleines Kärtchen. Das ist der Code. Einlösbar bis 31. März 2017. Gut, wir haben mittlerweile Januar 2020. Bedeutet, dieser Code ist abgelaufen. Ist aber nicht weiter schlimm, denn er wurde bereits eingelöst. Dazu kommen wir gleich noch. Das Poster werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Vorher kommen wir noch zum USB-Stick. Der sieht so aus. Also, er ist durchsichtig. Bedeutet, man kann hier wirklich reinsehen, wie es hier so ausschaut im Innenleben von der Technik. Und wir haben hier auf diesem USB-Stick, wie gesagt, diese ganzen Bonus-Inhalte, die wir schon am Anfang gesehen haben, gelesen haben. Also, das Album ist drauf, also MP3-Version, die Acapellas, die Instrumentals, die Lyrics, Infos zu den einzelnen Tracks, Fotos, Videos, der ganze Making-of-Prozess dokumentiert. Also, hier ist echt ein Haufen drauf. Und wir haben hier auf diesem USB-Stick 7,5 GB Kapazität. Jawohl. Und jetzt kommen wir zum letzten Boxinhalt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Ganze damals nicht original gekauft, sondern im Laufe der Zeit von einem Privathändler organisiert. Also, von einem Drittanbieter. Und dieser hat das Poster zu sich bestellt. Also, mittels dieses Download-Codes oder mittels dieses Einlöse-Codes, den ich euch gerade gezeigt habe. Allerdings, wir haben ja gehört, das Poster kommt dann gerollt, dass es keine Knick- und Faltlinien hat. Hat der gute Mann, von dem ich das gekauft habe, natürlich in der Zwischenzeit zusammengefalten. Bedeutet, es ist nicht mehr in diesem einwandfreien, gerollten Zustand. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das gerne zeigen. Das Poster ist echt riesengroß. Und zwar sieht das... Eieieiei, alles ist echt unfassbar groß. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben hier nochmals riesengroß King Ghidorah, also die dreiköpfige Hydra hier. Ansonsten das Poster komplett rot und hier mittendrauf eben in riesen Dimensionen. King Ghidorah, gerade so am Abheben, am Fliegen. Ja, das Poster ist, wie ihr schon gehört habt, recht groß. Ich glaube, die Zentimeterangabe hatten wir ja am Anfang. Also ich glaube, von der A-Klassifizierung ist das, glaube ich, A0. Also das ist echt schon sehr, sehr groß. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem Hydra-Pack befindet. Ein nur das eben gezeigte Poster, wie gesagt, vom Format her schätze ich mal, dass es A0 ist. Dann haben wir diese Maske hier, diese Gesichtsmaske. Den Code, den man ursprünglich gebraucht hat, um an dieses Poster hier zu kommen. Den USB-Stick, 7,5 GB mit den ganzen zusätzlichen Inhalten. So wie natürlich das Debütalbum Hydra 3D mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles. In diesem wunderbaren Pack Hydra 3D von Dead Adam, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Pack? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hydra 3D bzw. Dead Adam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.